Hallo und willkommen bei einem neuen Projekt. Und ihr seht richtig, wir spielen Star Wars Knights of the Old Republic. Eines der besten, wenn nicht sogar das beste Rollenspiel aller Zeiten. Es gibt mehrere Punkte, warum das so ist. Erstens Star Wars. Zweitens eine mega geile Story. Drittens Star Wars. Und viertens nochmal Star Wars. Also das sind schon mal ziemlich viele Punkte, die dafür sprechen. Und ja, kurze Story gesagt. Wir spielen in einer Zeit ungefähr 4000 Jahre vor dem Galaktischen Imperium. Also werden uns wahrscheinlich Luke Skywalker und Darth Raider nicht über den Weg laufen. Dafür einige andere finstere Gestalten. Und ja, es ist ein ziemlich raues Universum zu der Zeit. Die Republik gibt es schon, aber sie ist auch ziemlich nah am Rande der Vernichtung. Durch verschiedene Gründe. Und als weitere wird in einer schönen kurzen Zwischensequenz erklärt. Die erste jedoch wird ohne Ton laufen. Das Problem ist, wie bei Lizenzspielen so häufig, dass die Originalmusik, die Eröffnungsmusik aus dem Film verwendet wird. Und da gibt es natürlich Probleme mit der GEMA oder mit anderen lizenzrechtlichen Unternehmen. Und um da den Problemen aus dem Weg zu gehen, mache ich die Musik an der Stelle leise. Aber ich denke, ihr kennt sowieso alle die Intro-Musik von Star Wars. Also hoffe ich, ihr verzeiht mir das. Und ja, ich starte einfach mal ein neues Spiel. Und da können wir unseren Charakter auswählen. Wir können uns entscheiden zwischen einem Gauner, einem Speer und einem Soldaten. Männlich oder weiblich. Aber wir werden einen männlichen Charakter spielen. Und zwar einen Gauner. Denn das möchte ich mal einfach spielen. Und ich halte mich mal so weit an den Kanon. Auch wenn Disney erklärt hat, dass der Kanon dieser Zeit nicht mehr aktuell ist. So behaupte ich dennoch, dass man dieses Spiel niemals rauskriegen wird aus dem Verständnis der Spieler und Fans. Und der Kanon sagt, dass die Hauptcharaktere in diesem Spiel männlich ist. Und mehr möchte ich erstmal nicht dazu sagen. Zur Story, wer wir sind und so weiter. Wir sind einfach ein Gauner, der in dieser Welt aufgewacht ist, könnte man sagen. Wir erstellen unseren Charakter speziell. Und ich würde mal sagen, wir nehmen das Gesicht. Das gefällt mir ganz gut, das passt ganz gut. Wir verteilen die Attribute. Und hier kann man auch mal kurz näher drauf eingehen. Stärke bezeichnen die Muskelkraft eines Charakters. Stärke Charaktere erhalten Boni auf den verursachten Nahkampfschaden und ihre Trefferchance. Dieses Attribut ist wichtig für Figuren, die mit Nahkampfwerfen wie Vipoklinge und Laserschwerde kämpfen. Geschicklichkeit Bestimmt Beweglichkeit und Reflexe. Mit hohem Geschicklichkeitswert erhalten sie Bonus auf Angriffe mit Fernwaffen, Blaster und Granaten. Und sie sind schwerer zu treffen. Verfassung gibt an, wie viele Lebenspunkte man hat. Intelligenz hat zwei Vorteile. Man kann besser in Gesprächen argumentieren mit fundierten Antworten. Und man kriegt auch mehr Punkte auf Primärfähigkeiten. Die gehen wir später noch ein. Weisheit ist das Hauptattribut für Machtfähigkeiten. Und Charisma beeinflusst ebenfalls die Macht. Ist aber auch wichtig für Preise, wenn man handeln will. Und auch wenn man eine bestimmte Gesprächsoption freischalten möchte, ist Charisma ebenfalls sehr, sehr wertvoll. Wir gehen erstmal auf Empfohlen. Nehmen etwas von Geschicklichkeit runter. Und nicht setzen das in Weisheit. Denn ich möchte einen weißen Jedi spielen. Beziehungsweise einen Jedi, der sehr auf Machtfähigkeiten. Aus ist denn, ihr hättet es bereits ahnen können, man kann später zu einem Jedi werden. Das möchte ich natürlich erleben. Und ich denke mal, wir haben eine ganz gute Verteilung. Nein, ich nehme noch einen Punkt auf. Why? Intelligenz oder Charisma? Ich nehme Intelligenz. Hier gibt es jetzt die Primärfähigkeiten. Einmal Computer. Wie gut wir halt hacken können, innerhalb von Computersystemen. Sprengstoff. Wie gut wir Minen entschärfen oder platzieren können. Tarnung. Selbstredend. Ob wir unsichtbar sein können und jemand bemerkt. Bewusstsein. Wie gut wir jemanden erkennen können, der getarnt ist. Oder ob wir eine Mine entdecken, die irgendwo versteckt ist. Überreden. Ob wir jetzt bestimmte Gesprächsoptionen nochmal freischalten können. Reparieren. Ob wir Druiden oder sonstige Geräte reparieren können. Und dass sie dann wieder funktionieren. Beziehungsweise auf unserer Seite kämpfen. Sicherheit dient dafür, um Schlösser zu öffnen. Und heilen ist natürlich, wie gut wir mit Lebenskits und Medikits und Lebenserhaltungskits umgehen können. Ich drücke mal auf Empfohlen. Nehme aber die Punkte von Tarnung hinunter, weil ich bei diesem Spiel noch nie auf Tarnung gespielt habe. Und ich nehme einen Punkt auf Computer und zwar auf Überreden. Und da passt das schon. Talente. Ich werde einen Punkt auf Zähigkeit geben, das uns pro Level einen zusätzlichen Gesundheitspunkt verleiht. Was ja sehr günstig ist, besonders im späteren Spielverlauf. Halt. Ausfüllen natürlich. So. Ich bin nicht gerade das Kreativste, was Namen betrifft, also. Nämlich das Unkreativste, was man in Star Wars nehmen kann. Wir nennen uns Hans-Olo. Und los geht's. Ich bin nicht gerade das Kreativste, was man in Star Wars nehmen kann. Ich bin nicht gerade das Kreativste. Ich bin nicht gerade es gut. Ich bin nichtodi. Ich bin nicht als der Kreativste. Je bin nicht praktisch. Und dann, ich bin fast auf den Kreativste. Ich bin elementowane. Ich bin nicht более вд allgemein. Und das schaut einfach nicht mehr. Ich bin nicht spots und Leute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wer ist Bastila? Sie sind hier auf der Enderspire. Nun ja, eigentlich ist sie gar keine Offizierin, aber sie hat während dieses Auftrags den Befehl über das Schiff. Eine unserer obersten Pflichten ist es, ihr Überleben zu sichern, sollte es zu einem feindlichen Angriff kommen. Ihr habt einen Eid geschworen, sie zu schützen. So wie der Rest der Mannschaft. Jetzt ist es an der Zeit, diesen Eid zu erfüllen. Ich weiß alles über euch. Sogar, dass ihr früher Gewürze und Blaster geschmuggelt habt. Tja, und als die Republik erkannte, dass ihr nicht zu fassen seid, hat sie beschlossen, euch anzuwerben. Ich muss zugeben, dass die Republik verzweifelt nach fähigen Leuten sucht. Verzweifelt genug, um eure dunkle Vergangenheit zu ignorieren. Aber da ihr euch für diesen Auftrag gemeldet habt, gehört ihr zur republikanischen Flotte. Bastila benötigt während des Angriffs alle Truppen an ihrer Seite. Also beeilt euch und schnappt eure Sachen. Wir müssen hier weg. Gut, gehen wir. Wir sollten zusammenbleiben. Das verbessert eure Erfolgsaussichten. Dresk ist der Gruppe beigetreten. Ich klicke hier, um das Menü Gruppenauswahl aufzurufen. Und jetzt sehen wir hier, wir können den Typen auswählen. Wegen des Angriffs sind alle Ausgänge aus diesem Raum versperrt. Doch keine Sorge, ich verfüge über die Codes, um die Sperre aufzuheben. Ihr müsst meine Fähigkeiten einsetzen, um die Tür zu entriegeln. Okay. Das heißt, wir müssen den auswählen und der kann dann die Tür aufmachen. Da die Tür jetzt offen ist, solltet ihr wieder die Führung übernehmen. Mache Hans Olo wieder zum Anführer der Gruppe. Mit einem Linksleak fortfahren. Hier spricht Carth Onasi. Die Cis sind drauf und dran, uns zu überrennen. Wir können ihrer Feuerkraft nicht mehr länger widerstehen. Alles zur Brücke! Das war Carth, der mit uns über die tragbaren Kommunikatoren Kontakt aufgenommen hat. Er ist einer der besten Piloten der Republik. Er hat schon mehr Stunden in Kampfeinsätzen verbracht, als die restliche Mannschaft der Enderspire zusammen. Wenn er sagt, dass die Dinge schlecht stehen, solltet ihr das besser glauben. Wir müssen sofort zur Brücke und Bastila helfen. In eurem elektronischen Tagebuch findet ihr eine Karte der Enderspire und eine Kopie von Carth Botschaft. Für den Fall, dass wir getrennt werden. Weiter geht's. Wir müssen jetzt nicht die ganzen Tutorial-Hinweise angucken, denn die sind etwas trivial. Kein Problem! Verstanden. Diese Sith müssen die Vorhut sein. Für die Republik! Und da sind wir auch schon in unserem ersten Kampf gegen die Sith Trooper vor Soldaten. Und wie ihr seht, das Spiel ist relativ gemütlich, denn es ist rundenbasiert. Wir haben vor jeder Runde Zeit, uns eine Aktion auszusuchen, unser Ziel auszusuchen. Ob wir jetzt nur einen Gegner angreifen wollen oder Verbündete heilen wollen, alles ist möglich. Ob wir Mächte einsetzen wollen, Machtkräfte. Und wir wählen einfach mal den Scharfschützen aus. Eine Fähigkeit, bei der wir mit Fernkampfwaffen eine höhere Chance auf kritische Treffer haben. Und da haben wir den ersten Kampf schon bestanden. War natürlich noch nicht alt, der allzu schwerste Kampf. Aber da warten schon die nächsten auf uns. Aber auch die können wir locker beziehen. Und hier gibt es Medikits und Credits. Credits sind die wir auch in dem Spiel. Und was gibt es hier? Splittergranaten, Schwerthorn. Und Kampfanzüge. Sehr gut. Nehmen wir doch gleich mal mit. Beziehungsweise ziehen wir uns um. Denn der bringt uns einen guten Bonus auf die Verteidigung. Und ich sehe gerade, wir sind verletzt. Also nehmen wir mal einen Medikits. Und haben wir doch volles Leben. Und mir scheint, die Sith haben ja ganz schön... Angriff gestartet. Und da sind ganz schön viele. Nehmen wir mal eine Splittergranate. Und alle mit einmal getötet. Sehr gut. Ja, Granaten sind schon praktisch. Hier gibt es noch Geld. Sehr schön. Eine Granate und noch mehr Geld. Und ein Medikits. Das da hinten klingt irgendwie wie ein Lichtschwertkampf. Ein dunkler Jedi. Dieser Kampf ist nichts für uns. Ziehen wir uns zurück, bevor wir im Weg stehen. Das war einer von Bastilas Begleitern. Verdammt, wir hätten ihre Hilfe brauchen können. Und so nicht. Schwarz hätte ich auch gerne mitgenommen. Hm. Na ja. Oh, können wir vielleicht sogar mitnehmen? Ne, schade doch nicht. Dann gibt es nichts weiter. Okay. Die Brücke ist direkt hinter der Tür. Ihr rüstet euch besser mit einer Nahkampfwaffe aus. Es ist sehr eng auf der Brücke. Und wenn ihr auf so engem Raum einen Blaster einsetzt, bleibt auch von euch nichts mehr übrig. Ich brauche eine Nahkampfwaffe. Ansonsten bleibe ich im Hintergrund und verlasse mich auf meinen Blaster. Und wenn die Laserschwerte haben? Eure Nahkampfwaffe besteht aus Panzergewebe. Sie hält fast allen Waffen stand, sogar einem Laserschwert. Okay, gut zu wissen. Dann nehmen wir mal das lange Schwert. Und man sieht schon, wir haben ja andere Fähigkeiten zur Verfügung. Die aber letzten Endes den selben Effekt haben, wie mit Fernkampfwaffen. Bastila ist nicht auf der Brücke. Sie müssen bereits zu den Rettungskapseln unterwegs sein. Wir sollten zusehen, dass wir auch zu den Rettungskapseln kommen. Die Sith wollen Bastila lebend. Aber sobald sie das Schiff verlassen hat, werden sie die Enderspire in Stücke schießen. Dann sollten wir uns auch mal schnell auf den Weg machen. Aber natürlich müssen wir erst alle Gegenstände einsammeln, die hier rumliegen. Denn wir wären natürlich keine guten Rollenspieler, wenn wir nicht alles einsammeln würden, was nicht nid und nagelfest ist. Du hast genug Erfahrung, mal aufzusteigen. Mach den Levelaufstieg, bevor du durch diese Tür gehst. Ne, Tarnung will ich nicht. Genau, Punkte auf Überreden. Sicherheit und Sprengstoff. Talente. Wir machen Training. Damit haben wir einen Bonus auf alle Rettungswürfe. Die Rettungswürfe sind sozusagen... Ja, gewissermaßen ist das Spiel ein Würfelspiel. Für jede Aktion, die wir machen und die auch jeder Gegner macht, wird ein Würfel gewürfelt. Und die Rettungswürfe sind sozusagen nochmal ein Würfelwurf von dem Opfer des ersten Wurfs, der entscheidet, ob man jetzt getroffen wird oder beziehungsweise wie stark man getroffen wird. Und umso größer die Rettungswürfe sind, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man weniger Schaden erleidet. Beziehungsweise gar keinen. Okay, dann auf durch die Tür. Oh, der ist ganz schön mutig. Dann muss ich mal sagen, wir gehen hier durch die Tür zu dem Steuerborddeck. Und schauen, was dort ein Sorterborddeck ist. Ihr spricht Carth Onasi auf eurem persönlichen Kommunikator. Ich versuche, eure Position über die Lebenserhaltungssysteme der Ender Spire zu bestimmen. Warstilas Rettungskapsel ist verschwunden und ihr seid das letzte überlebende Crewmitglied der Ender Spire. Ich kann nicht länger auf euch warten. Geht zu den Rettungskapseln. Okay. Und jetzt schon wieder Sift. Wir schauen mal wieder um auf Blasterpistole. Das war ich schon mal lieber. Das hat weh. Und dann kommt das Spiel ein wenig zuvor, als ob wir nur Sturmtruppen am Berg wären. So gut wie hier getroffen wird. Ich nehme mal eine Granate. Das tat weh. Seid vorsichtig. Auf der anderen Seite der Tür befindet sich eine große Zahl Sistruper. Ihr müsst einen Weg finden, sie zu dezimieren. Ihr könntet diesen beschädigten Angriffsdroiden neu programmieren, wenn ihr genügend Ersatzteile habt. Er wird euch helfen. Ihr könnt aber auch die Computersonde verwenden, um in das Terminal zu gelangen und die Sicherheitssysteme der Ender Spire gegen die SIS einsetzen. Am besten, wenn wir natürlich machen beides, oder? Droiden reaktivieren, Schilder aktivieren, Patrouillenmodus versetzen. Okay, und jetzt noch hier rüber. Und die Leitung überlasten. Das hat gut geklappt. Sehr schön. Alle sind tot, ohne dass wir uns in Gefahr begeben mussten. So läuft das doch gut. Und jetzt schauen wir mal in den nächsten Raum. Gerade noch rechtzeitig geschafft. Nur eine Rettungskapsel ist noch übrig. Los jetzt. Wir können uns auf dem Planeten unter uns irgendwo verstecken. Wer seid ihr? Ich bin ein republikanischer Soldat wie ihr. Wir sind die letzten beiden Besatzungsmitglieder auf der Ender Spire. Bastillas Rettungskapsel ist weg. Kein Grund also noch länger hier zu bleiben und uns von den SIS abschießen zu lassen. Kommt jetzt. Fragen stellen können wir später noch. Dann würde ich mal sagen, wir springen in die Rettungskapsel und hauen hier ab. Geil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schön, dass ihr wieder auf dem Damm seid. Ihr müsst einen entsetzlichen Albtraum hinter euch haben. Ich hatte schon befürchtet, ihr wacht nie wieder auf. Ich bin Carve, ein republikanischer Soldat von der Enderspire. Wir saßen gemeinsam in der Rettungskapsel. Ihr erinnert euch? Carve! Die Stimme vom Kommunikator. Ich erinnere mich. Seit Tagen kommt ihr nur hin und wieder zu Bewusstsein. Ein Zeichen, dass ihr noch ziemlich verwirrt sein müsst. Aber macht euch keine Sorgen. Wir sind sicher. Jedenfalls für den Moment. Wir befinden uns in einem verlassenen Apartment auf dem Planeten Taris. Beim Absturz unserer Rettungskapsel hat es ganz schön gekracht. Aber glücklicherweise seid ihr nicht schwer verletzt. Ich habe euch in dem ganzen Chaos erstmal von der Absturzstelle weggezogen und bin eher zufällig in dieses verlassenen Apartment gestolpert. Als die CIS auf der Bildfläche erschien, waren wir längst weg. Ich schätze, ich schulde euch mein Leben. Danke. Keine Ursache. Ich habe noch nie jemanden bei einer Mission im Stich gelassen. Und ich werde bei euch nicht damit anfangen. Nebenbei gesagt, brauche ich eure Hilfe. Taris wird von den CIS kontrolliert. Ihre Flotte befindet sich auf einer Umlaufbahn um den Planeten. Sie haben das Kriegsrecht verhängt und eine planetenweite Blockade errichtet. Aber ich war schon in schlimmeren Situationen. In euren Unterlagen steht, dass ihr erstaunlich viele fremde Sprachen beherrscht. Ungewöhnlich für junge Rekruten. Aber es kommt uns gelegen, denn wir sind auf einer fremden Welt gestrandet. Die Republik kann niemanden an der Blockade vorbeischmuggeln, um uns zu helfen. Wenn wir Bastila gefunden haben und von diesem Planeten wieder verschwinden wollen, sind wir auf uns selbst gestellt. Bastila? Das ist doch die aus der Enderspire, oder? Der Schlag auf den Kopf hat offenbar mehr Schaden angerichtet als gedacht. Bastila ist eine Jedi. Sie gehörte zu dem Einsatzteam, das Darth Ravon, Malaks CIS-Meister, erledigt hat. Bastila ist die entscheidende Figur bei den Kriegsanstrengungen der Republik. Die CIS müssen herausgefunden haben, dass sie an Bord der Enderspire war und haben uns in diesem System in einen Hinterhalt gelockt. Ich nehme an, dass Bastila in einer der Rettungskapseln saß, die auf Taris stürzten. Der Erfolg der Republik steht auf dem Spiel. Wir müssen sie finden. Woher wisst ihr überhaupt, dass Bastila noch am Leben ist? Ich weiß es nicht genau. Aber Bastila ist jung und verfügt über ein enormes Potenzial der Macht. Wir haben den Absturz überlebt, also gehe ich davon aus, dass sie ihn ebenfalls überlebt hat. Wo ist denn die Alternative, bitteschön? Ist Bastila tot, dann kann niemand Malak und seine CIS davon abhalten, die Republik auszuradieren. Da ist mir die Annahme, sie sei am Leben entschieden lieber. Wie kann eine Person, selbst wenn es sich um eine Jedi handelt, so wichtig sein? Bastila ist keine gewöhnliche Jedi. Sie besitzt eine seltene Gabe, welche die Jedi Kampfmeditation nennen. Bastilas Macht kann ganze Armeen beeinflussen. Mithilfe der Macht erzeugt Bastila bei ihren Verbündeten Zuversicht und raubt ihren Feinden den Kampfeswillen. Manchmal genügt das schon, um eine Schlacht zu entscheiden. Natürlich sind ihrem Einfluss auch Grenzen gesetzt. Soweit wir wissen, ist große Konzentration von Nöten, um die Technik der Kampfmeditation aufrecht zu erhalten. Der Angriff auf die Enda Spire erfolgte so plötzlich, dass sie keine Gelegenheit mehr besaß, ihre Kampfmeditation einzusetzen. Sie kann froh sein, diesen Angriff überlebt zu haben. So wie wir. Was? Schlag dir also vor? Was wir als nächstes tun sollten? Bastila braucht unsere Hilfe. Viele Anhänger von Darth Malak operieren mit der dunklen Seite der Macht. Und die Cis haben in diesem Krieg schon mehr als genug Jedi umgebracht. Niemand wird hier nach ein paar einfachen Soldaten wie uns suchen. Mit etwas Vorsicht können wir uns auf dem Planeten bewegen, ohne Aufsehen zu erregen. Ein Luxus, den Bastila nicht genießt. Hier ist die halbe Cis-Flotte auf den Fersen. Sie wissen, wie wichtig sie für den weiteren Kriegsverlauf ist. Der ganze Planet steht unter Quarantäne. Kein Schiff kann starten oder landen. Wenn Bastila diesen Planeten verlassen will, braucht sie unsere Hilfe. Und wir möglicherweise die ihre. Habt ihr eine Ahnung, wo wir mit unserer Suche nach Bastila beginnen sollen? Während ihr euch noch erholt habt, habe ich mich ein wenig umgehört. Es gibt Berichte, wonach eine Reihe Fluchtkapseln hier in den Slums runtergekommen sein sollen. Dort könnten wir anfangen. Doch die Slums sind gefährlich. Wir sollten keinesfalls unvorbereitet dort herumlaufen. Ich tue Bastila keinen Gefallen, wenn wir einfach losmarschieren und uns umbringen lassen. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ich werde euch nach bestem Wissen und Gewissen antworten. Aber ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe sein kann. Was wisst ihr über Malak und die Cis? Über Malak weiß ich auch nicht mehr als das, was allgemein bekannt ist. Er entkam der Falle, die Darth Rewan seinem Cis-Meister das Leben kostete. Nach Rewans Tod ist Malak der neue dunkle Lord. Malak ist ein rücksichtsloser Tyrann, der jeden zerquetscht, der sich ihm in den Weg stellt. So wie Rewan auch. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Cis nicht eher ruhen werden, bis die Republik in Trümmern liegt. Malak und seine Cis akzeptieren nichts außer roher, brutaler Gewalt. Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein früherer Jedi zu einem solchen Monster mutieren konnte. Ein Jedi? Was wollt ihr damit sagen? Malak und Rewan gehörten einst beide zum Orden der Jedi. Doch sie waren jung und eigensinnig. Gegen den ausdrücklichen Willen des Rates nahmen sie an den Mandalorianischen Kriegen im Outer Rim teil. Dort muss etwas geschehen sein. Irgendetwas hat sie beeinflusst und auf die dunkle Seite gezogen. Vielleicht waren sie aber auch vorher schon innerlich kaputt. Ich weiß es nicht. Sie bildeten eine Armee aus ehemaligen republikanischen Soldaten und Jedi, die der dunklen Seite verfallen waren. Rewan war der Anführer, bis er dem Einsatzteam unter Bastilas Führung zum Opfer fiel. Doch selbst das konnte den Vormarsch der Cis nicht stoppen. Malak schlüpfte einfach in Rewans Rolle. Er übernahm das Kommando über die Cis Armada und nahm den blutigen Eroberungsfeldzug in den äußeren Welten wieder auf. Macht euch keine Sorgen. Wir werden einen Weg finden, um die Civ aufzuhalten. Ich hoffe, ihr habt recht. Aber bisher hat die Republik diese Leute nicht aufhalten können. Auch nicht mit Unterstützung des Rates der Jedi. Bastila ist möglicherweise die letzte Hoffnung der Republik. Was könnt ihr mir dem Planeten sagen, auf dem wir uns gerade befinden? Taris war einst eine riesige, dem Planeten umspannende Metropole mit mächtigen Wolkenkratzern. Doch das ist lange her. Die Oberstadt, wo die reichen Leute wohnen, ist nach wie vor ziemlich sicher. Ohne die Besetzung und die Quarantäne der Cis wäre das immer noch kein schlechter Ort zum Leben. Aber weiter unten haben sich die Dinge verändert. In der Unterstadt herrscht das nackte Elend. Dort treiben sich zahlreiche Swoop-Bike-Banden herum, die sich endlose Gefechte um die Vorherrschaft liefern. Und in den Slums ist es noch schlimmer. Der unterste Teil von Taris ist eine Einöde, in der es vor Rakul nur so wimmelt. Hirnlose und kranke Mutanten, die sofort zum Angriff übergehen, wenn sie jemanden sehen. Diese Informationen befinden sich bereits alle in eurem Datapad-Tagebuch. Ich würde gerne mehr über euch erfahren, Carsten. Ich kann verstehen, dass ihr mehr über mich erfahren wollt. Ich habe das unbestimmte Gefühl, dass wir demnächst noch viel Zeit gemeinsam verbringen werden. Aber das ist jetzt wirklich nicht der geeignete Zeitpunkt für langwierige Erklärungen. Wir sollten uns auf unsere nächste Aufgabe konzentrieren. Alles andere später. Je früher wir beginnen, nach Bastille zu suchen, desto früher finden wir sie. Gehen wir. Gute Idee. Wir nehmen dieses verlassen Apartment als Stützpunkt. Vielleicht finden wir hier in der Oberstadt ja sogar ein wenig Ausrüstung. Vergesst aber nicht, euch zurückzuhalten. Ich habe schon entsetzliche Geschichten über die Verhörmethoden der dunklen Jedi gehört. Man sagt, die Macht könne fürchterliche geistige Verheerungen anrichten. Angeblich kann sie Erinnerungen auslöschen und die eigene Identität vernichten. Aber wenn wir uns nicht völlig dämlich anstellen, dürfte eigentlich nichts schief gehen. Schließlich suchen sie Bastille und nicht solche Knallchargen wie uns. Also gut, Soldat, lasst uns gehen. Gut. Und damit haben wir auch schon... ...den ersten Part auf der Enderspire und damit auch das Tutorial, könnte man schon fast sagen, abgeschlossen. Und haben den ersten Planeten in diesem Spiel, Taris, betreten. Oh ja, es ist der erste Planet und es wird garantiert nicht der letzte sein. Es werden einige Planeten sein, die wir besuchen werden mit lauter Quests und Aufgaben und lauter interessanten Persönlichkeiten. Und wie wir Einfluss haben werden auf diese Personen, diese Welten, was wir da alles tun können, das werden wir alles im Laufe dieses Let's Plays erfahren. Ich hätte eine Bitte an euch. Ihr wisst, es ist das Star Wars Universum und das heißt, wir können aussuchen, wie wir sein wollen. Ob wir uns eher der hellen Seite verschreiben oder der dunklen Seite. Es ist alles eine Frage unserer Wahl. Ich spiele auch gerne mal die dunkle Seite in solchen Spielen. Aber ich werde mich nach euch richten. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Was mehr Zuspruch erhält, das werde ich dann machen. Also wenn mehr Leute sagen, ich soll auf der hellen Seite spielen, dann werde ich das auch tun. Oder umgedreht. Ja, da bin ich mal gespannt, wie ihr euch entscheidet. Und wie es dann weitergeht und was uns hinter dieser Tür dort erwartet, in der weiten Welt von Taris, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin. Haut rein. Und ciao.